Hallo und herzlich willkommen! In diesem Video verschaffen wir uns einen Überblick über den Funktionsumfang von JTL-Wawi. Wir werden in alle Bereiche von JTL-Wawi reinschnuppern und uns anschauen, was uns in JTL-Wawi erwartet. Das Ganze machen wir anhand unseres Sport-Shops Sommer. Genaue Anleitungen, wie jedes Feature im Detail funktioniert, finden Sie in unseren Tutorial-Videos. Dieses Video richtet sich an Neueinsteiger in die JTL-Welt. Dashboard Direkt nach dem Start von JTL-Wawi ist das erste, was wir sehen, das Dashboard. Das Dashboard liefert uns einen Überblick über alle wichtigen Informationen rund um unser Unternehmen. Es soll uns helfen, eine bessere Kontrolle über wichtige Daten zu erhalten. Das Dashboard besteht aus vielen Widgets, die für jeden Benutzer von JTL-Wawi individuell konfiguriert werden können. Jeder Benutzer erhält dann auf einen Blick die für ihn relevanten Informationen. Artikelverwaltung In der leistungsstarken Artikelverwaltung von JTL-Wawi organisieren wir unsere Kategorien und Produkte. Der Aufbau und die Gliederung unserer Kategorien bestimmt maßgeblich die Navigationsstruktur der angeschlossenen Online-Shops und hat häufig direkte Auswirkungen auf die Bedienerfreundlichkeit unseres Shops. In der Artikelverwaltung sehen wir alle wichtigen Daten zu unseren Produkten auf einen Blick. In den Artikeldetails können wir weitreichende Anpassungen an unseren Produkten vornehmen. Auch das Verwalten von Stücklisten oder Variationen ist problemlos möglich. Einkauf Im Bereich Einkauf können wir unseren Einkaufsprozess vollständig abbilden. Wir können unsere Lieferantendaten einpflegen, Bestellvorschläge ermitteln lassen, unsere Einkaufsliste organisieren und Preisanfragen an Lieferanten verwalten. JTL-Wawi kommt mit einem leistungsstarken Bestellwesen, in dem auch Dropshipping-Bestellungen einfach abgewickelt werden können. Wareneingänge können mit Eingangsrechnungen verknüpft werden, sodass uns immer die tatsächlichen durchschnittlichen Einkaufspreise zur Verfügung stehen. Lagerverwaltung JTL-Wawi ist mehrlagerfähig und wir können unsere Artikelbestände in mehreren Lagern führen. Falls Sie FBA nutzen, wird es Sie freuen zu hören, dass das Amazon Fulfillment-Lager vollautomatisch in JTL-Wawi angelegt und gepflegt wird. Umlagerungen lassen sich schnell organisieren und wir behalten jederzeit den Überblick, wo sich welche Artikel befinden. Inventuren und Lagerbewertungen gehören zum Standardrepertoire der Lagerverwaltung und auch das Anlegen neuer Lagerstandorte ist nachträglich schnell erledigt. Kundenverwaltung Mithilfe der Kundenverwaltung von JTL-Wawi können wir alle relevanten Kundendaten komfortabel organisieren. Kunden werden automatisch angelegt, wenn Aufträge über angebundene Vertriebskanäle wie Onlineshop oder Amazon reinkommen. Kunden lassen sich aber auch vollautomatisch mit unserem Import-Export-Werkzeug JTL-Ameise massenhaft importieren oder bearbeiten. Wir können hier bei Bedarf auch Kunden manuell bearbeiten oder direkt Aufträge anlegen. Verkauf Im Bereich Verkauf werden alle wichtigen Informationen zum Thema Verkauf und Rechnungslegung zusammengefasst. Wir verwalten hier Angebote und haben eine detaillierte Übersicht aller Aufträge. Auch Rechnungen und Rechnungskorrekturen lassen sich bequem verwalten. Über Sofortauftrag lassen sich beispielsweise telefonische oder Bestellungen per E-Mail im Handumdrehen einpflegen. Über den Zahlungsabgleich können wir Zahlungen automatisiert erfassen und das Mahnwesen unterstützt uns unter anderem beim Versand von Zahlungserinnerungen an säumige Käufer. Versand Der Versand ist einer der zentralen Arbeitsbereiche in JTL-Wawi. Egal, ob es um einen gelegentlichen Etikettenausdruck für unseren Homeoffice-Versand geht oder wir täglich hunderte von Sendungen aus unterschiedlichen Lagern mit verschiedenen Logistikern zu verwalten haben. Wir haben jederzeit im Blick, welche Aufträge noch auf eine Zahlung warten, welche wir aufgrund von Fehlbestand noch nicht ausliefern können oder welche Aufträge wir manuell zurückhalten möchten. Durch das kostenlose JTL-Shipping, also die nahtlose Anbindung von verschiedenen Logistikern wie DHL, DPD und vielen weiteren, können wir den Etikettendruck und die Vergabe von Tracking-IDs vollständig JTL-Wawi überlassen und wir brauchen keine weitere Software. Alle Versandinformationen wie Versanddatum und Tracking-ID werden vollautomatisch an unsere Verkaufskanäle wie eBay, Amazon, Onlineshop und natürlich den Kunden übermittelt. Dabei spielt es keine Rolle, ob wir die Auslieferung mit JTL-Wawi, mit dem kostenlosen Pack-Tool JTL-Packtisch Plus oder unserem kostenpflichtigen Lagermanagement JTL-WMS durchführen. Mit JTL-Software kommt unsere Ware immer ans Ziel. Retouren Die Beziehung zwischen uns als Händler und unserem Kunden endet oft nicht mit der Auslieferung der Ware. Immer wieder kommt es vor, dass Kunden ihre Bestellung oder Teile davon zurückgeben oder umtauschen möchten. Die Retourenabwicklung von JTL-Wawi gibt uns ein wichtiges Werkzeug, um den Retourenvorgang effektiv zu verwalten und jederzeit nachvollziehbar zu machen. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Kunden ihre Retoure vorher ankündigen oder Ware unangekündigt zurücksenden. Durch die Logistika-Anbindung JTL-Shipping lassen sich auch Retourenetiketten unkompliziert verwalten. Marktplätze JTL Easy Auction ist die kostenpflichtige Schnittstelle zu den Marktplätzen eBay und Amazon und ermöglicht es uns, alle Geschäftsprozesse aus JTL-Wawi herauszusteuern. Einmal eingerichtet werden alle Aufgaben, für die wir uns in das Seller Central von Amazon oder in mein eBay von eBay einloggen würden, nur noch in JTL-Wawi zentral gesteuert. Egal, ob wir uns auf Amazon-Angebote aufschalten oder Preise und Bestände anpassen möchten oder ob wir eBay-Angebote erstellen oder bearbeiten wollen, wir können alles aus einer Hand in JTL-Wawi organisieren. Online-Shop JTL-Wawi bietet die Möglichkeit, beliebig viele unterschiedliche Shop-Systeme anzubinden. Zum einen bietet JTL einen eigenen Shop an, den JTL-Shop. Darüber hinaus können wir über die JTL-Konnektoren weitere Shops anbinden, zum Beispiel Magento, Shopware, Modified, Gambio und viele weitere. Die JTL-Konnektoren sind kostenlos und werden zusammen mit unserer Community stetig weiterentwickelt. Statistik Der Bereich Statistik bietet umfangreiche Möglichkeiten, eigene Auswertungen auf einfachste Weise zu erstellen, einzuschränken, zu speichern, zu drucken und vieles mehr. Hier können auf Basis von diversen Auswertungstypen, zum Beispiel Plattform oder Kundengruppe, individuelle Auswertungen erstellt und auf Wunsch exportiert oder bearbeitet werden. JTL-Wawi liefert bereits ein großes Paket von Vorlagen, mit denen viele Bereiche sofort ausgewertet werden können. Dies war nur eine kleine Übersicht über den vielfältigen Funktionsumfang von JTL-Wawi. Wir haben zu allen wichtigen Funktionen Tutorial-Videos und Online-Dokumentationen, damit Sie direkt in die JTL-Welt einsteigen können. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.